So, Champions League, Gladbach, Heim, ich glaube das erste Gruppenspiel, das wir haben. Und ja, wir spielen mit einer meiner Meinung nach sehr, sehr starken Aufstellung von unserer Seite aus. Aber Gladbach ist auch nicht zu unterschätzen, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Und mein Mikrofon ist gerade irgendwie so ein bisschen, naja, nicht so empfindlich eingestellt. Ich habe es mal ein bisschen runtergestellt, aber Lukaku erstmal schön den Ball erobert, Sanchez jetzt mit viel Platz. Versucht den Ball wieder in die Mitte zu bringen, schafft es aber nicht. Ja, Witters mit seinem ersten Spiel von Anfang an und dann direkt Champions League. Ist noch nicht lange im Teamtraining der ersten Mannschaft, aber der Youngstar hat sich bewiesen in der zweiten Mannschaft. Deswegen, und die zweite Mannschaft spielt ja mit einem ähnlichen System. Und da habe ich gedacht, Champions League kann man mal machen so. Chamberlain jetzt über die Ecke, also über außen. Kriegt den Ball nicht ganz nach innen, findet aber Lukaku. Lukaku versucht den Ball nochmal aus Sanchez zu bringen. Kriegt den aber nicht richtig durch. Ja, wir müssen hier gegen Gladbach, Can, schön da in dem Enge gelaufen, also in den Passweg gelaufen. So, Sanchez, Lukaku auf Sanchez, Sanchez zurück auf Lukaku. Und Lukaku scheitert da in Süle. Na, Konkelin wieder schön im Passweg gestanden. Chamberlain auf Lukaku, Lukaku auf Özil. Özil macht es direkt und 1 zu 0. Mesut Özil. Herrlich. Herrlich, so will ich das sehen. Mesut Özil mit einem schönen Schuss in den Winkel. 1 zu 0 gegen Gladbach in der 14. Minute. So kann das hier anfangen. Es pisst wie aus Eimern. Aber wie soll es auch anders sein? Wir spielen natürlich, weil wir heimspielen. Ist einfach so. Wie soll es auch anders sein in England? So, Sanchez jetzt direkt mal wieder, aber schießt Wendt nur an. Es gibt aber einen Wurf. So, Sanchez jetzt mit dem Ball auf Lukaku. Lukaku kann ihn nicht richtig annehmen. Und es gibt Elfmeter. Hey. Oh, Gladbach hier ziemlich am Wanken. Und ein schwarzer Blonder. Ein blonder Schwarzer. Sanchez und verwandelt den Elfmeter. Sehr schön. 2 zu 0, 22. Minute. Jetzt muss Gladbach aufpassen. Jetzt müssen sie richtig aufpassen, dass sie hier nicht auseinanderbrechen. Also 22 Minuten gespielt. 2 zu 0 für uns. Sanchez verwandelt den Ball hier sehr schön. Das ging schnell. Und war unerwartet. Konkerlin wieder schön im Laufweg. Özil wird da gefoult. Hätte den Ball aber fast noch zu Sanchez gekriegt, obwohl er gefoult wurde. Füßt die erste gelbe Karte im Spiel für André Hahn. Elfmeter, finde ich eben, der Bauch hätte eigentlich auch schon eine Karte geben können. Aber gab es nicht. Und deswegen jetzt die erste gelbe Karte im Spiel für André Hahn. Rode kriegt den Ball mal auf Haaren durch. Rafael bleibt einfach stehen. War es auch immer. So, Lukaku. Withers. Chamberlain. Chamberlain versucht sich durchzusetzen gegen Janschke. Janschke. Verdammt. Ich hätte eigentlich gedacht... Okay, jetzt gibt es auch eine gelbe Karte für Chamberlain. Das war also auch eine gelbe Karte. Könnte man jetzt schon wieder sich drüber aufregen, aber machen wir mal nicht. Er hat dabei gespielt. Mann, 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 Mann. Chamberlain schwimmt im Kopf. Lukaku ist nicht schnell genug am Ball. Korb hat den Ball. Rode jetzt. Mit einem weiten Ball. Aber Withers steht auch schön im Passweg. Also die Defensiv-Mittelfeld-Leute, die machen einen echt guten Job. Achan. Fängt da, ich weiß nicht. Ich glaube, Rafael war es ab. Lukaku. Er kriegt den Ball nicht drüber auf Chamberlain. Nein, Chamberlain, aufpassen. Oh, Chamberlain, du Idiot. Okay, Chamberlain mit der gelb-roten Karte. Ähm, ja. Mhm. Ja. Machen wir das mal anders. So. Wir spielen jetzt ohne Flügel. Wir spielen nur durch die Mitte. Öffnen wir die Taktik. Wir spielen nur durch die Mitte. Und mit zwei Stürmern jetzt. Durch die gelb-rote Karte. Ja, was soll man machen? Aber. Jetzt zwei Stürmer am Start. Und Lukaku. Und Lukaku. Lukaku, Oliwigi-Ru. Da wird Lukaku auch erstmal nochmal gefoult. Gibt wieder eine gelbe Karte. Aber das war dumm von Chamberlain. Das war echt dumm. Er war jetzt gleiches Halbzeit. Es gibt aber nochmal Freistoß. Özil wird ihn wahrscheinlich ausführen. Ah, schade. Ich dachte, die geht rein. War aber gar nicht so weit davon entfernt. ins Tor zu gehen. Und ich bin mal gespannt, was das jetzt gibt hier. Wir werden auf jeden Fall den Druck nicht, äh, runternehmen. Wir haben halt nur keine Flügelspieler mehr jetzt. Was uns auf außen echt, äh, gefährlich werden kann. Aber. Wir machen mal so weiter. Wir machen mal so weiter. Und hoffen einfach nur der Beste. Ne? Apropos. Laufwege, meine Freunde. Laufwege. Müssen wir jetzt einstellen. Die Ruhe kommt auch mal mit. Die Stürmer müssen jetzt mal mehr laufen. Gehen nämlich mit nach außen. Özil kümmert sich um die Mitte. Kaku geht mit nach vorne. Ja. So machen wir das jetzt. Ich weiß nicht. Ich hab mit so einer Aufstellung noch nie gespielt, wie ich es jetzt gemacht habe. Abseits von Özil. Ähm. Aber war mir jetzt das Logischste, auf den Flügelspieler zu reagieren, der weg ist. Der Ball ist gerade mal ein bisschen im Mittelfeld unterwegs. Witters auf Konkelin. Konkelin kriegt den Ball da nicht durch, aber Özil steht richtig. Und Witters mit dem Fehlpass. Er hat, glaube ich, in der zweiten Mannschaft mehr oder weniger nur in der Innenverteidigung gespielt. Und Giroud hier gegen Stranzel kommt aber nicht vorbei. Er klappt jetzt auf jeden Fall ein bisschen stärker. Ja, Giroud steht da ultra im Abseits. Ähm. Zeig doch mal nochmal die Zeitlupe. Ja, er klappt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen, ähm, Aufwind. Durch die rote Karte auf unserer Seite. Aber wir haben ja keinen in der Abwehr verloren. Das ist ja, ne, nur jemanden im Sturm. Also es könnte jetzt dran hapern, dass wir nicht mehr richtig nach vorne kommen. Aber die Abwehr sollte eigentlich immer noch genauso funktionieren wie vorher. So, Lukaku spielt da den Ball auf Giroud. Özil ist in der Mitte. Giroud läuft durch. Bringt den Ball auf Özil. Özil, schön. Aber er kriegt den Ball leider nicht an, ähm, ist er eigentlich im Tor. Weiß es gerade gar nicht. André Hahn jetzt am Ball. Nochmal André Hahn. Oh, und Tschech. Tschech, unsere letzte Instanz. Bringt den Ball zur Ecke. Ja, Özil fängt da schön den Ball ab. So, Lukaku jetzt. Lukaku am Ball gegen Janschke. Lukaku bringt den Ball auf Giroud. Komm schon, lauft. Drei gegen ein. Drei gegen ein. Drei gegen ein. Und Giroud. Ja! Wir können es auch ohne Flügelspieler. Romelu Lukaku mit der Vorlage. Und Olivier Giroud macht ihn rein zum 3 zu 0. Ja, 65. Minute. Guck mal. Ja, Mertes Aka nicht so gut. Bring mir mal Koscielny rein. Misun und Özil ist ziemlich im Arsch. Aber er muss ja jetzt auch mehr machen. Und mehr laufen. Ähm. Ja, Dahoud kommt rein. Für Rode. Oh, und wir gucken mal, ob gerade irgendwer ausgewechselt wurde. Der, ja. Johnson nämlich. Zack. Kann sich Chamberlain, äh, Chambers nämlich drum kümmern. Aber das war gerade ein sehr, sehr geiler Angriff. Also Gladbach hat, war eigentlich vorne. Und dann ging es über ein paar Stationen, waren wir wieder im Angriff. Und dann auf einmal mit drei Leuten bei dem vom Torwart. Und das war halt ein hundertprozentiges Tor. So, egal. Hat man ja gesehen. Der Ball ist abgeprallt. Stand da halt noch. Lukaku wäre anders abgeprallt. Wäre Özil da noch gewesen. So, Giroud jetzt wieder vorne, weil Stranzel den Fehler macht. Özil wieder in der Mitte. Aber Giroud bringt den Ball nicht richtig rein. Raphael bringt den Ball da gut zu Hahn. Akoschelny ist da. Und Özil ist auch wieder mit hinten. Lukaku auch. Korb nimmt da Lukaku den Ball ab. Aber Wittas gefällt mir richtig gut, den wir aus der zweiten Mannschaft geholt haben. Beide Stürmer gerade im Abseits gewesen. Jetzt könnte Lukaku mal sprinten, aber Janschke schneller. Süle. So, 78. Minute. Oh, Hahn alleine vom Tor, aber Tschech klärt wieder zur Ecke. So, und wir machen jetzt nochmal eine Auswechslung. Mesut Özil geht raus. Dafür kommt Javier Pastore rein. Und dann war es das für dieses Spiel. Dann kommt nochmal Dominguez rein für Niklas Süle. Und auf unserer Seite kommt halt Pastore rein für Mesut Özil. Ich liebe es, dass wir so einen breiten Kader haben mit solchen guten Spielern. Ähm, ähm, selbst jetzt, wo, ähm, Chambers, äh, Chamberlain gelb-rot kassiert hat, sind wir immer noch stark genug, um auch gefährlich im Angriff zu sein. Und das ist halt einfach nur geil. So, Lukaku. Wir haben natürlich auch viel höheres Budget jetzt als Gladbach. Aber dein Geld ist nicht alles. Ich meine, wir haben uns jetzt zwar Lukaku gekauft, aber er hätte auch floppen können. Sehr unwahrscheinlich war, aber hätte auch passieren können. Er hätte nicht ins Team passen können. Aber naja. Lukaku, äh, Lukaku. Giroud bringt den Ball da in die Mitte auf Pastore. Pastore auf Witters. Witters auf Gibbs, den man wenig eigentlich gesehen hat. Konkelin auf Giroud. Giroud geht da schön an Stranzel vorbei, bringt den Ball nochmal auf Lukaku. Aber Lukaku wird gestört. Pastore holt da schön den Ball wieder. Lukaku setzt sich durch und Lukaku zum 4 zu 0. zweites Tor in der Champions League jetzt. Ja, das kann sich doch sehen lassen hier. Das kann sich doch echt mal sehen lassen hier, das Spiel. 4 zu 0 jetzt. Ja, wie gesagt, das meine ich halt, ne. War eine klasse Aktion auch von Pastore, der sich da wieder den Ball geholt hat und, äh, dann den Ball noch zu Lukaku gespielt hat. Dann noch Lukaku mit einer bärenstarken Aktion. Und da hatten wir gerade mega Glück, dass der Ball nur in die Latte gegangen ist. Ja, das Spiel ist vorbei. 4 zu 0 für uns. Trotz gelb-roter Karte haben wir weiter Druck gemacht. 2 zu 0 noch oder 2 Tore noch draufgelegt. Wittas freut sich hier. Erstes Spiel war erfolgreich. 4 zu 0. Durfte 90 Minuten lang spielen und wird denke ich mal ein Bestandteil unserer ersten Mannschaft werden. Ähm, ja. Würde ich sagen, gehen wir in den Nachbericht. Nochmal das Tor von Mesel Özil. Bis gleich. Der Nachbericht! Ja, heute sehr gutes Spiel gehabt. 4 zu 0 gegen Gladbach gewonnen, trotz gelb-roter Karte von Chamberlain. Äh, der ziemlich dumm auch diese gelbe Karte kassiert hat. Ähm, Karius war übrigens im Tor. Ich glaube eigentlich eher Jan Sommer. Steht da im Moment im Tor, aber Karius, ne? Auch okay. Ja, Spieler spielt jetzt wieder Lukaku. Der ist im Moment richtig in Topform, muss man sagen. Also, der macht's. Jetzt so langsam hat er sich, glaube ich, eingewöhnt. Also, es wird. Ergebnisse! Ach, es war schon das dritte Spiel in der Champions League. Okay, aber guckt euch an, wie wir die Champions League-Gruppe, gut, wir haben Gladbach, Red Bull, Salzburg und Lissabon, aber guckt euch an, wie wir diese Gruppe hier dominieren im Moment. Drei Siege, zwölf Tore, wir haben auch kein Gegentor kassiert. Ähm, ja, stimmen. Die Stimmung in der Mannschaft muss stimmen, denn vom Miesmacher zum Mistmacher ist es nur ein kleiner Schritt. Und André Schubert sagt, heute herrscht schweigende Stille. Ja. Na, aber es stimmt schon, wir brauchen auch eine gute Stimmung im Team, weil diese Stimmung im Team ist halt, ne? Scheiße. So, Paulistas noch eine Woche verletzt. Ist auch gut. Das Duell, Chan gegen Janschke. Ja. Gehen weiter, oder? und haben jetzt direkt das Spiel gegen Norwich. Ich weiß immer noch nicht, warum unsere Fanbediebtheit so weit unten ist, aber naja. Mertes Acker steht vor seinem 400. Spiel in der Liga. Was? 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 Nicht wirklich. Ist nur ein bisschen so in seiner Karriere vielleicht, aber was? Ne, das noch nicht. Ja, Chamberlain. Nein. Da kommt dann schön wieder Gasola rein. Özil. Özil spielt auch gegen Norwich. Und Chambers kommt mal wieder raus, dafür spielt Jenkinson. Und Wittas kann eigentlich Wittas stellen wir jetzt auch mal in der Liga auf, weil der hat eigentlich die Leistung, die er in der zweiten Mannschaft so gezeigt hat, hat er eigentlich gut bewiesen jetzt und hat einen guten Job gemacht. Und ähm ich lasse ihn jetzt einfach mal drinnen. Ja. Ich lasse ihn einfach mal drinnen. Du denkst Brady, du denkst Daniel, du denkst du denkst Jerome, du denkst Hooper. Das ist alles schon mal okay und ich würde sagen, das wird wieder ein Textmodus spielen. Aber wir gucken ja irgendwann nochmal durch. Wo hatten wir denn gerade Okay, wir haben ja noch einen Rechtsverteidiger, der ziemlich stark ist. Ach, der ist hier gerade als Innenverteidiger aufgestellt. Gucken wir mal in die Jugendmannschaft. David Wright braucht einen neuen Mentor. Kriegt er mal Costa. Und mir ist gerade noch was eingefallen, ich wollte noch was nachgucken, ob ich das gemacht habe, das letzte Mal, als ich aufgenommen habe. Dolmetscher angestellt, für die, die brauchen. Ja, habe ich. Oh, und jetzt kommt gerade dieses geile Lied. Ja, das habe ich auch. Scouts. Keine Aufgabe zugewiesen. Jugendscout. Ich liebe dieses Lied. Und wir gehen jetzt einfach nochmal kurz Golf spielen, ein bisschen mit der Familie. Ah, Fußballbegeisterung 0. Warum bin ich mit dir zusammen? Intelligenz 4? Ah, verbringen wir ein bisschen Zeit. Gehen wir mal segeln und ertränken sie. Weiß ich nicht. Wir können sie nicht ins Stadion mitnehmen. Okay. Okay, wir sagen mal Kinderwunsch. Wollen wir mal ein paar kleine Scheißer machen, weil das finde ich ganz cool an dem Spiel hier. eine Fresse, haben wir noch Budgets. Man kann nämlich, wenn man Kinder hat, können die in der eigenen Jugend spielen vom Verein, wenn sie sich dann für den Fußball entscheiden. Finde ich ganz geil, das Feature. Eben können wir noch nicht spielen, reden, nope, mit dir können wir reden. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen Norwich. Wieder Premier League, wieder mit Lukaku, weil Lukaku ist im Moment einfach voll das Biest. Und ja, der hat noch einen Bruder, Jordan Lukaku. Ja, der ist nicht wirklich was für uns, seit ihm. Ähm, gehen wir rein ins Spiel. Bis gleich.